Norddeutscher Rundfunk 2021 Was machen wir jetzt? Wir Maschinen an die Küste, stoßen zu unserer Armee und kehren zurück in den Krieg. Wer sind Sie? Ein britischer Offizier und die Zähmen. Unsere Aircraft wurde schockt. Es ist eine Chance für Spotted Team. Sie sind offiziellt Prisoner des Third Reich. Wollten wir sie nicht erschießen? Nein. Warum nicht? Wir sind keine Hotten Trottenschwarz. Ich war ein brennt Tysk flyer. Nein. Mannschaften? Ich weiß nicht. Ich bin ein britischer Offizier. Und ich habe keine Intention von dir zu nehmen. Wake up, Kapitän! Und du? Go to your bed. Not a very sporting gesture. Das ist war. Not a silly game in your country club. Are you in the pissing contest, Donk? Congratulations. This is the British side and this is the German side. Why are you Germans so obsessed with rules and regulations? You will never understand. That is why Germany is great and the British Empire is crumbling. Crumbling? Nonsense. The Empire is doing fine. We are out of food and there is hardly any wood left. Why did we go our separate ways? May I introduce you to the beautiful Norwegian countryside. Please don't. We move on the floor. Let's face it. We are all going to die here. Let's face it. We are all going to die here. Let's face it. Let's face it.